hallo das ist der steine chris heute mit dem tx6 geht's bergauf oder geht's bergab so Musik 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 Wir sind wieder am Ende unserer Fahrt angekommen. Ich hoffe es hat euch gefallen. Lasst gerne wieder einen Kommentar da. Ich freue mich sehr darüber. Die letzten Bilder hier sind ein bisschen verwackelt. Ich habe da mal aus freier Hand. Und nicht mit einem Stativ wie sonst. Ansonsten wünsche ich euch noch viel Spaß weiterhin. Bis zum nächsten Mal. Euer Steinechris. Hätte ich beinahe vergessen. Die Auflösung von wegen bergauf, bergab. Es ging tatsächlich größtenteils bergauf. Zum Schluss aber nochmal ein Stück bergab. Aber im Endeffekt waren es tatsächlich ein paar Meter nach oben. Und ich freue mich. Und ich freue mich. Vielen Dank.